Risiko. Risiko. Ist aber besonders gut, weil der Countdown nicht drauf war. Vielleicht willst du es nochmal machen. Drei, zwei, eins. Risiko habe ich schon gesagt, deswegen dachte ich es. Ah. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren traurigen Ausgabe. So für Nüsse. Zum Altherren-Podcast. Ja. Ja. Klaus, der typische deutsche Tourist. Und Dirk, der Patient Null, melden sich verspätet. Der entzündete Klops. Ja. Wollen wir nochmal kurz zusammenfassen, was wir gerade besprochen haben? Oder wollen wir das komplett ausklammern? In der letzten Woche bei Dirk und Klaus. Die Cliffhanger. Ja, ich erzähle mal von mir so ein bisschen einfacher zusammen. Was wir eigentlich in Dänemark, das Wochenende in Kopenhagen, was dichter an Schweden dran ist, als so ein Erdkunde-Sechser-Schüler, wie ich gedacht hätte. Kopenhagen aber auch. Hast du die Topografie gemacht bei Irrgang? Nee, Klenewinkel? Nee. Ich glaube, das war zu weit weg einfach von meiner Heimat Berlin aus. Bei uns gab es nur das Museumsdorf Düppel. Ja. Also du hast ja früher auch mal gedacht, dass Bären an Bäumen hängen. Die tun einige auch. Gut. Aber jetzt nicht deine geliebte Himbeere oder Blaubeere. Nee. Die Erdbeere überraschende Weise auch nicht. Obwohl der Name verrät es fast. Ja, da stimmt eine Nuss. Nuss. Damit herzlich willkommen bei Für Nüsse. Das wäre eine gute Anmoderation gewesen. Oh Mann ey, jetzt kommt es alles. Wir alten Topografen. Naja. Und Kopenhagen ist unglaublich teuer. Es ist so teuer. Alles tat alles so weh. Jedes Mal rausgehen und Geld ausgeben. Das ist eine dänische Krone oder so. Genau, die dänische Krone. Eine dänische Krone. 7,5 dänische Kronen sind 1 Euro. Na. Und am letzten Tag dachten wir am Flughafen. Wir hatten die dänischen Preise dann so langsam verinnerlicht. Oh Mensch, so eine Zimtschnecke nur 69 Kronen. Das ist ja richtig günstig. Günstiger als in der Innenstadt. Das sind 8 oder 9 Euro. Neun eher. Das sind ja Verzimtschnecken. So unterarm groß habe ich dann. Ja, wenn doch nur. Aber das war sich schlecht. Also nicht gut. Es war kein Gammelfleisch. Gammelfleisch. Speisefotos bekommen. Ich habe ja wahrscheinlich nicht falsch ausgedrückt. Nein, aber so viele Süßigkeiten gab es halt gar nicht. Zwischendrin mal so. Kann sein, dass ihr vor so einem Bäcker steht und sagt, darf ich mal das, darf mir das anfassen. Und dann wird ihr sagen, vielen Dank. Ist auch ganz schön teuer bei euch. Ich würde ja nicht glauben, ob wir überhaupt viel Süßes hatten. Also nee, so den Flödeboller. Flödeboller, Flödeboller. Das ist ein super Name. Ist es A, eine heiße Wurst mit Senf. B, eine Panzersperre am Strand. C musst du wahrscheinlich jetzt auflösen, weil ich schon wieder vergessen habe. Ein Schaumkurs. Ah ja. Ein härterer Schaumkurs. Aber in Dreiecksform, oder? Der war sogar, nicht alle. Und groß. Handteller groß. Ja, ja. Das war schon mal ein Schaumkurs. Ja. Also Dortmund hatte halt einen der Halloween-thematisierten Schaumküsse. Der war wie ein Geist. Mit Pumpkinfüllung. Innen mit Lakritze gefüllt. Mit Lakritz-Schaum. Und ich hatte einen mit Mucca-Schaum. Ja, ich bin auch nicht so ein Lakritz-Fan. Lakritze ist ganz groß in Dänemark. Genau. Und der war richtig günstig für 20 Kronen. Also so 2,50. 2,90. Ich wollte gerade sagen, wenn 21 Kronen 3 Euro sind. Ja, naja. Sagen wir mal. 2,90. Und halt aber in so einem Schokoladenladen. Also so. Ah, so eine Schokoladerie. Ja, genau. Und also ein etwas besserer Laden auch. Du kannst halt auch so Geschenk packen, kaufen. Und ich dachte, 20 Kronen. Das ist echt ein Schnäppchen. Da, weil du, also ein Espresso kostet so in der Regel so 29 Kronen. Also so 4 Euro. Ein Espresso-Shot. Und dann skaliert sich halt alles hoch. Am ersten Tag haben wir Müsli gegessen mit Joghurt. Und je dann Kaffee, dann waren wir 40 Euro los. Ja, das ist ja auch Müsli. Ja. Das wäre dann das günstigste gewesen. Da wahrscheinlich Wasser und Toast. Im Netto. Also, aber selbst da, natürlich sind die Preise trotzdem deutlich höher als hier. Aber sind da so, habt ihr irgendwie, aber seid ihr so auf so Futter-Spezialitäten aus? Oder seid ihr dann mehr so auf Sightseeing gewesen? Wir waren auf Sightseeing. Also wir haben natürlich, du musst ja zwischendrin mal was essen. Verdammter Körper. Ja. Das ist immer dein ewiger Fluch. Du hast es ja eigentlich. Ja, aber ich meine, wir haben halt nicht viel oder nicht besonders. Wir waren halt in Restaurants, die wir geschaut haben. Was heißt so, hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gute Bewertungen. Ich habe auch ein paar Sachen gefunden. Also am letzten Tag habe ich einen Burger für 120 Kronen, also so 17 Euro gegessen. Gab es da Pommes zu oder war mit Plattkorn? Kartoffeln waren dabei, ja. Ganze Kartoffeln oder? Ja, so Röstkartoffeln. So Rosmarinkartoffeln in dem Stil. Gut, das kriegst du in Berlin auch schon. Ja. War das denn so ein Sattmacher oder war das mehr, oh lecker? Nö, der war schon gut. Das war schon ein großer Burger. Also das war auch so ein Studenten-Restaurant, wo die Studenten die ganze Zeit nach der, das war direkt neben der Uni, nach den Vorlesungen. Aber ich meine, du musst ja dann auch Mörder verdienen da. Ja, das ist aber tatsächlich so. Also die Dänen verdienen halt einfach viel mehr. Wir sind doch gar nicht so weit weg, würde es sich doch eigentlich lohnen. Lohnen öfter mal da halt irgendwas zu drehen oder so oder Aufträge zu haschen für die gleiche. Das ist so ein bisschen wie die ganzen Hamburger, die in der Schweiz arbeiten, wo die sagen, alter Finne. Hamburger? Nein, ich habe damals, als ich da mal in der Schweiz gedreht habe, da war das ganze Team, bestand fast nur aus Hamburgern und die haben mir halt gesagt, die haben halt zum Glück irgendwie so Collections aufgebaut, fliegen da super oft hin. Sie sagten, das ist halt Mörderkohle und für viele Schweizer gar nicht so attraktiv. Ich sag, naja, also für die Berliner ist ja noch viel schlimmer, besser quasi. Ja. Aber jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht, also wenn du irgendwo fest bist, dann musst du halt ewig pendeln, weil natürlich, wenn du dann sagst, ich bin so oft hier und hole mir ein kleines Zimmer, dann war es das schon wieder. Ja, aber ich meine, in Süddeutschland machen das ja ganz viele, in der Schweiz arbeiten und dann in Deutschland wohnen. Und ich wage mal zu behaupten, denn so Städten wie Flensburg, wo du ja auch über die dänische Grenze spazieren kannst, machen das wahrscheinlich auch relativ viele. Ja, wahrscheinlich. Ja, also ich meine, hoher Lebensstandard, einfach, also, ja, kannst du nicht anders sagen, aber dann kommst du halt an, aus Berlin vor allem, und denkst halt, du stirbst bei allem. Ja. Ja, ich meine, Berlin, da sind wir auch ganz... Ja, ja. Aber ich meine, selbst mit anderen, selbst mit höheren deutschen Preisen ist das in Dänemark schon nochmal eine Marke für sich. Ja. Ja, nun erzähl Dirk mal kurz von seinen Abenteuern. Du hast schon ein bisschen vor der Show zusammengefasst. Apropos Essen quasi. Das kann ich nämlich leider gerade ein bisschen knicken, weil ich habe letzte Woche mir mal wieder so eine schöne RTW-Rundfahrt gegönnt. Ähm, ähm, äh, ja, weil... Weep, 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 weep. That's the sound of the RTW. Genau. Weil ich irgendwie am Bahnhof, Hauptbahnhof in die Knie gegangen bin, weil der Magen nicht so wollte wie ich. Ja, hatte halt irgendwie so einen ganz bösen Gastritis-Anfall. Das hatte ich mal vor drei Jahren oder sowas. Hat mich da total überrascht. Jetzt wusste ich zum Glück, was ist. Also das heißt, es war jetzt nicht weniger unangenehm, aber die Panik bleibt aus. Und das erste Mal, wenn du das hast, dann denkst du natürlich gleich auf Wiedersehen. So, das war's. Jetzt, ähm, auch sehr überraschend, auch sehr, sehr schlimm, wenn alles krampft und zittert und Schmerzt und sonst was. Aber du hoffst halt nur, dass es endlich vorbei ist. Aber du hast halt nicht so eine Todespanik. Also, weil wenn du jetzt einfach so zusammenklappst, dann denkst du ja, scheiße. Ähm, ja, er hatte ja Glück im Unglück, dass halt so ein junger Rettungssanitäter namens Kai, ich lass mal den Nachnamen weg, falls er da keinen Bock drauf hat, in der Nähe saß. Hat gleich Hilfe geholt und sowas. Ähm, die Geschichte erzähle ich auf jeden Fall, dass, ähm, die bei der Rettungsstelle gesagt haben, holen sie einfach das Sicherheitspersonal, weil die natürlich dachten, da fasse ich jemand an der Brust und kriege schlecht Luft, der hat einen Herzinfarkt, ähm, der könnte, ja genau, dann Probleme kriegen und er müsste gleich eine Herz-Lungen-Massage machen. Und dann meinten die an der Rettungsstelle einfach das Sicherheitspersonal bei der Deutschen Bahn holen, die sind geschult, die helfen ihnen. Und der hat halt, und ich lag da und ich hab das wirklich mitgekriegt, der hat da wild geschrien am Nachbargleis, standen halt da zwei und er meinte, hallo, Hilfe, ihr liegt hier und braucht Hilfe, bla, und die haben nur rübergeguckt, Schulter gezuckt, haben sich weggedreht und das war's. Also das ist klassisch Passanten, keiner reagieren, okay, aber dass halt Leute, die da angestellt sind, Geld kriegen und da halt auch für zuständig sind am Hauptbahnhof, sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, hab ich keinen Bock zu. Das war dann halt so ein Nummer, wo ich dachte im Nachhinein, alter Fynn. Hören Sie mal, in 30 Minuten mach ich Pause. Dann rauche ich eine, dann gucke ich mal. Ja. Naja, dann hatte ich endlich mal das Vergnügen, ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal sowas gekriegt habe, und zwar Morphium habe ich gekriegt, eine verrückte Droge. Dirk raucht auch gerade Opium, während er das hier erzählt. Ich würde gerade sagen, gehört ja zu den Opiaten, was gehört noch zu? Heroin, glaube ich. Heroin, ja. Ja, also das war halt auch der geile Spruch von, ich weiß nicht, wer das war von dem Ärzten, meinten von wegen, ja, hier gibt es was, was ich auch eben erzählt habe, hier gibt es was gegen die Übelkeit, ist nicht übel und hat nur so rumgestammelt, nee, jetzt gibt es Morphium, dann wird ihr übel, Kollege. Und das blieb aber aus. Ich glaube, ich war so vollgepumpt, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe, weil die Behandelärztin dann in der Unfallnot, sonst was da in der Charité meinte, das habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehabt, dass jemand halt da fünfmal für Milligramm, das sind zehn Einheiten, das habe ich, der kriegt ein Pferd oder so, weiß ich, und da habe ich wahrscheinlich gedacht, ja, der braucht das. Ja. Und dann hatte ich heute ja diesen lustigen Spaß zu sehen, suchen Sie sich mir selber eine Stelle für Endoskopie und dann war ich bei Gastroenterologie und die, spannende Geschichte, aber nur mal kurz am Rande zu erzählen, dass halt. Falls Jens Spahn zuhört. So. Haben Sie am 30. Zeit gesagt, das passt mir super, meint 30. 1., meinte ich, Alter, das ist hier eine akute Sache, 30. Der erste, nächstes Jahr, dann. Nächstes Jahr 2023. Ja, genau. Und der ist aber so, weil es ja, aber das sieht hier nicht gut aus, die haben bei anderen auch nicht. Und das, ja, scheiße. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich irgendwo anders nicht das machen? Ja, können Sie, aber es sieht überall gleich so aus in Berlin. Und dann, glaubst du natürlich Ihnen erstmal. Und ich sage, ja, will ich jetzt irgendwo anders machen? Ne, das habe ich jetzt schon eingetragen, Überweisung ist weg, das war's. Ja, naja, das ist jetzt so der Stand. Ja, und Hafer, Schleim und Tee, das ist so mein, mein Favorite. Ja, hm. Wieso, ich, ich in dessen habe noch ein bisschen Ringfit Adventure gespielt? Ja, das, da hast du ja letztens gefragt, aber das wäre uncool gewesen. Ich fiel ja gerade da rein, es war irgendwie ein Tag danach wahrscheinlich, ne? Wenn du, ja, ja, müsste so. Ja, tatsächlich uncool, weil es wirklich anstrengend ist. Ach, jetzt sehe ich es ja auch, es ist ja weg. Du hast ja das Bild gepostet, das rote Sofa, nicht vom NDR, sondern von Klauselmann. Das rote Sofa ist friedlich auf der Müllkippe beim Sperrmüll gelandet. Und wir sind alle drauf gewesen, alle? Alle. Einige mehr als andere, aber eigentlich waren wir alle drauf. Auch Sir Thomas war drauf. Ja. Ja, ja, Smilow, Bläckkopf. Bläckkopf, alle waren es drauf. Ja, du lagst halbnackt auf Dr. Ranjit auf dem rote Sofa. Wir alle. Nein, ich dachte, jetzt im Film. Zum einen oder anderen Zeitpunkt. Ich war jetzt im Film. Ach so, ich, ich. Als sein Herz von Marjorona geschlagen, irgendwie war das Sprache. Stimmt, ja, so war es, ja. Ja. Das war eine sehr schöne Szene. Ja, ich habe hier aber noch ein paar. Ich hatte ja dann für den Instagram-Post noch ein paar Szenen mit dem roten Sofa zusammengesucht. Das kam mir wirklich in nahezu jedem Film vor. Ja. Ja. Also mir fällt jetzt spontan nur das große Seemannsterben, das große Schneemannsterben. Du lagst auch hier da mit dem Traummädchen. Stimmt. Da hast du ein Foto gepostet, da hast du auf dem roten Sofa geschlafen. Bei diesem Kurzfilm, wo ich Super Mario spiele, sitzt du davor? Ja, da sitzt du auch drauf. Ja. Davor, ja. 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 Wahnsinn. Ne? Ja, genau. Das ist jetzt weg. War da drunter noch eine Bierkiste oder so? Zwei. Was für? Bags wahrscheinlich. Mhm. Voll? Ne. Ne. Auch umgekippt. Also da wird es mit der flachen Sitzfläche. Jetzt sehe ich da so eine richtig schnieke neue Europalette. Also die sieht ja fast aus wie aus einem Laden. Ja. Ist sie auch natürlich. Aus einem Laden. Gekauft. Wie lange hast du da dran rumgeschliffen? Oder sah die nicht aus? Nicht ganz. So steht die ja bei Lidl normalerweise. Ja, na die war halt einmal benutzt. Die war aber immer den Kilo, Tonne Dosen, weiter weg. Ja, scheiße. Alles mit Hand. Jetzt muss ich jede Dose einzeln tragen. Ne, ich meine, die ist halt ein oder zweimal benutzt worden. Die hat schon ein bisschen Dreck da, der sich auch nicht mehr runterschleifen ließ. Die hat sich eher mit reingeschliffen in die Maserung. Die Patina. Ja. Ne, sonst ist sie halt bei 9 gewachst oben. Deswegen fühlt sie sich auch so wirklich geschmeidig an. Und wirklich runtergeschliffen, da wo es runterzuschleifen geht. Das ist immer ein bisschen tricky. Und an der Rückwand sind zwei, ich sag mal, längs aufgestellte Kisten, Holzkisten. Und in der Mitte sieht es aus wie zwei Regale oder so. Schubladen meine ich. Ja, na die, eine von denen wird dann gekippt. Ich habe eine zu viel. Ich hatte mal eine mehr mitgenommen, als ich brauchte dafür. Aber ich meine, soll das so dann aussehen? Ja, genau. Nein, doch. Ja, die werden dann mit Büchern oder mit irgendwas gefüllt, was halt noch weg muss aus dem Kallax-Regal. Aber so nach hinten, dass man nach hinten, also dass das nach vorne eine Lehne ist und nach hinten ist ein Regal. Du kannst dich nicht anlehnen. Die sind nicht stabil genug, um dich anzulehnen. Also ich dachte, wenn die jetzt fix im Boden wären, dass die dann... Weiß ich nicht. Ja, also leicht womöglich. Also es ist kein Sofa. Oder Sofa? Nein, es kommt ein Sitzpolster drauf, aber es wird auch so niedrig, dass du, du musst dich halt drauf hocken. Ach, es bleibt so tief. Nee, es kommt noch ein bisschen höher, aber... Keine zweite Euro-Palette. Nee, das auf jeden Fall nicht. Nur Füße, also. Zwei Balken außen, an den kürzeren Seiten und darunter vielleicht Füße, wenn ich noch gute finde. So der Plan. Fasziniert. Dann wird es halt ein bisschen niedriger als der Tisch vom Gedanken her. Ja. Denke ich, also ist jetzt so der Plan. Genau, dann kommt da vorne ein Polster drauf und die Kästen werden gefüllt. Ja, also vielleicht Dienstarztlehne. Ich weiß es halt noch nicht so ganz. Und dann kommen halt auch ein paar Pflanzen runter vom Fensterbrett, weil die gerade ein bisschen sehr viel Licht schlucken und einfach auch sehr hoch stehen. Was ja nicht alle müssen. Aber ja, so viel Licht. Ja, ja. Ja, soll ich mal auf die Frage kommen? Ja, bitte. Wir sind ja schon 15 Minuten drin. So auf die Sekunde genau gerade. Oh, Magenknot. Timo, dem geht es nämlich auch nicht so gut. Aber jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen besser. Das ist ja letztendlich am Fahrrad gestürzt. Ich weiß nicht, ob er betrunken war. Weiß man nicht. Wollen wir ihn mal nicht. Er hatte fast einen Oberschenkelhalsbruch. Hat am Quadrizeps hat er, glaube ich, einen Muskelstrang angerissen. Mhm. Also war aber auch... Das reibt sich den Quadrizeps für alle, die es nicht sehen können. Sah am Anfang wohl noch ein bisschen böse aus. Und da musste er eine Woche liegen. Und da kam mir die Idee, weil er meint, dass er mit seinem Vater losgefahren ist. Die haben schön ordentlich eingekauft, damit er dann halt eine Woche sich kaum bewegen muss. Und da... Taschentücher und Pornos. Da meine Frage. Wir hatten halt ein, ein... Ich sag mal, so ein Zeitfenster vor einer Stunde, wo man sich vorbereiten kann. Aber es ist dann auch ähnlich, dass wenn du dann aufstehst auf Krücken und maximal Schmerzen hast, auch wenn du das Bein nicht belastest. Deswegen, du stehst am Tag vielleicht zwei, dreimal kurz auf, um aufs Klo zu gehen und dabei beim Rückweg gleich irgendwas Essbares zu holen. Wie sieht unsere Woche im Bett aus? Also Vorbereitung als auf die Woche. Wenn du das so formulierst, Klingel. Wie sieht unsere Woche im Bett aus? Zufällig sind wir beide eine Woche bettlägerig und teilen uns ein Doppelbett. Es war nur die Hochzeitssuite frei, Klaus. Ich verspreche es dir. Wenn ich jetzt mal grob irgendwie so ein paar Stichworte in den Raum werfe, wie Feuerzangenbowle getrunken ausrutschen. Ja, 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 ja. Da kann man sich schnell mal eine gemeinsame Ja, 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 ja. Und also, ja. Also ich meine, die Sache ist erst mal, wo? Vielleicht hier, das wird gleich irgendwie, aber hast du? Ich habe ein zweites Bett. Man kann das Sofa ausfahren. Da hat Peter drauf geschlafen. Ja, okay. Also das ist noch, war das die Frage? Nee, ich habe eigentlich nur gedacht, von wegen welchen Raum wir nehmen und nehmen wir tatsächlich ein Bett und dann sagen wir, weil dann wird es ziemlich nervig, weil wir uns gegenseitig immer rumschreien, wenn wir jetzt diese Räumlichkeiten bei Klaus nehmen. Nee, aber du hast ja natürlich recht. Für eine Woche ist das natürlich ziemlich langweilig, wenn wir beide in einem eigenen Zimmer sind und jeder vor sich hin vegetiert. Ja, dann nehmen wir wahrscheinlich zumindest das Zimmer hier und dann, ja, dann nehmen wir auch beide ein Bett. Klaus sitzt ziemlich mittig. Ich könnte mir vorstellen, das wäre ein super Platz für so ein, ich glaube, ein Queen Size hinpassen zwischen den Türen. Auch so richtig klischärft am Ende. Ja, dann sind wir auf den Fernseher gerichtet. Das ist natürlich optimal. Fernseher, so. Dann haben wir hier einen Laptop schon mal stehen. Dann haben wir diverse Konsolen, die man anschließen müsste, glaube ich, beziehungsweise eine Konsole mit allen möglichen, sind denn die Joypads oder wie heißen die? Joycons. Joycons. Haben die eine Verlängerungskabel oder? Was willst du denn? Naja, ich meine, wenn ich jetzt spiele, dann könnte das sein, dass nach drei Stunden der Akku alle ist und dann stehe ich aber nicht auf und hole ein neues. Also die Joypads von der Switch halten ungefähr 20 Stunden. Ja. Das sind sieben Tage. Ja, aber da kommen wir einen Tag mit durch und dann müssen wir die halt an ein USB-C-Kabel irgendwie anschließen. Scheiße, da muss ich... Aber dein Handy lädt sich ja auch mit USB-C. Das heißt, wir haben auf der, auf meiner Seite des Bettes den Lightning-Anschluss der Apple-Geräte und auf deiner Seite des Bettes einen USB-C-Anschluss und dann können wir die Joypads da laden. Ich habe übrigens zwei Mückenstiche, ne? Wie? Hier? Seitdem du hier sitzt? Übers Wochenende gesammelt. Ich bin auch der Ansicht, hier ist auch noch eine Mücke irgendwo drin. Nee, hier flog ja gerade was. Ach, das war der, das war ja, womöglich. Ja, aber das ist auf jeden Fall möglich, dass wir endlich so gut bei Fortnite werden, dass wir, äh... Ich dachte jetzt, dass du sowas sagst, okay, was holen wir in einer Stunde zu essen? Dass wir halt hier nicht sterben. Ich denke an die wichtigen Dinge, wie richtig gut bei Fortnite werden. Die Map ist ja neu. Ich habe das noch gar nicht gespielt. Ja, aber du bist nach drei Tagen tot, wenn du nichts trinkst. Ja, ja, ja. Aber ich kann ja, wenn ich auf Klo gehe, zwei, dreimal am Tag, kann ich ja den Wasserhahn anmachen. Ja, wahrscheinlich sollten wir ein System, eine Teekanne wäre ganz gut, glaube ich. Und du kannst entweder nur zum Klo oder dir was zu essen holen. Beide Wege sind einfach zu schmerzhaft. Deswegen würde ich zum Beispiel sagen, für Nummer eins, den kleinen, dann können wir uns auch ein schönes Eimerchen hinstellen. Jeder einen, oder teilen wir uns auch einiges Batch? Ich will die Pisse auf meiner Seite haben von dir. Hast du schön mal auf deiner Seite. Mindestens an drei Tagen treten wir mit dem ersten Schritt morgens in den Pisseimer. Ich würde den auf, ich wollte gerade sagen, auf Kopfhöhe ziehen, aber das bringt ja auch ganz ungefähr. Ja, ich glaube, wie nachts Durst das oder so. Ja, mein erster Instinkt ist, zu dem Eimer zu greifen, mit dem ich entleere. ich greife aus dem Sehen rein. Ich habe jetzt nicht gedacht, ich packe den Eimer und fange an zu trinken, bis ich dann sage, das ist kein Sangria, oder was? Wer hat die Strohhalme reingepackt? Genau. Das wäre ein mieser Gag. Wenn du als Gag sagst, ich gehe nicht pinkeln, sondern ich packe einfach nur Strohhalme in den Eimer, weil Dirk gerade schläft. So eine Woche Hölle. Nicht überleben, sondern Hölle. So, das bin drei Minuten. Ah, Klaus, hast du mein Urin gesalzt? Nein, habe ich hier nichts. Ich habe einfach ganz viel Salz gegessen vorher. Das war der Trick. Weil eine Stunde ist echt nicht viel zur Vorbereitung. Ja. Also ich meine, du kannst auch die Wohnung nicht mehr umräumen, das ist ja auch so ein Problem. Ja, also deswegen, hast du denn überhaupt einen Eimer? Ja, ich habe sogar zwei. So, das ist ja schon mal gut. Da würde ich gut, ob das den Zustand beschreibt, wenn wir beide in unseren jeweiligen Eimer pinkeln. Zweite Frage, hast du einen Gartenschlauch? Gartenschlauch. Damit wir uns sauber machen können? Nein, weil wenn wir einen Gartenschlauch in ein Badezimmer anschließen, dann können wir den vorne hier hinlegen und haben immer frisch Wasser. Dann brauchen wir fürs Trinken schon nicht mehr. Nein, ich habe keinen Gartenschlauch. Da hast du einen Gartenschlauch zu Hause. aber die Frage ist, ob wir in einer Stunde uns einen Gartenschlauch besorgen können. Ich glaube, unten im Innenhof könnte einer sein. Also, den musst du aber erst mal drei Tage durchspülen, bis du daraus trinkst. Ja, komm, also, da darf man jetzt auch nicht so sein. Woche ist Woche. Naja, was machen wir ansonsten? Okay, ein Eimer für Urin, den anderen für Trinkwasser. Schreiben wir es drauf oder trennen wir durch Farbe? Wir haben beide gleiche Farbe bei einer Eimer, das merken wir schon. Einer ist immer warm. Ich trinke nur lauwarmes Wasser. Besonders magenschonend. Ja. Würde mir gerade ziemlich zugute kommen. Ähm, ja, hätten wir das Ding geklärt oder wollen wir nochmal drauf eingehen? Auf unser Wasser-Urin-Problem. Ja. Ich würde sagen, wir tragen, damit das halt alles Zeitspannend ist, tragen wir halt Jogginghosen ohne was drunter. Eine Woche. Ja, da dachte ich auch gerade dran. Was soll passieren? Außer, dass wir an Anusverödung sterben. Ich würde sagen, wir machen vorher in der Stunde auch schon mal ein Fenster auf Kipp, dass es immer auf Kipp ist. Ja. Es ist mir scheißegal, ob es draußen regnet oder Bauarbeiter irgendwas machen oder so. Also ich glaube, wir gehen mal tot hier. Ja, ein bisschen Durchzug in der Wohnung ist ja kein Problem. Wir leigen ja zum Riechen. Ja. Nach einer Woche im Bett, glaube ich, jeder. Hast du zwei Decken oder muss ich mir jetzt? Wir haben, ich habe zwei Decken. Ich möchte dich dein nacktes Bein berühren, das wäre unangenehm. Ich habe eine große Decke, aber ich habe auch zwei kleine, drei kleine sogar. Wenn die so klein sind, dann so wie Handtücher oder was? Dass ich mir die übers Fliege lehne. Nein, nein, halt eine normale Ein-Personen-Decke. Achso. Ich habe auch eine große Zwei-Personen-Decke. Ja. Wenn es mal kalt wird, wenn wir es dicht aneinanderlegen müssen. Was hältst du denn von so Nahrung wie Karazza und Beefy Roll? Ja, das wirkt sich, glaube ich, richtig gut auf unseren Stuhlgang aus in der Woche, in der wir uns eine Wohnung und ein Klo teilen müssen. Ich dachte, das zögert ihn hinaus. Hatte man da nicht erst mal sehr spät? Echt? Den Gang zur... Ich hätte eher das Gefühl, wenn ich so viele... Ich dachte, die Konservierungsstoffe machen das. Wenn ich so viele Konservierungsstoffe und irgendwelches künstliche Zeug in mich rein... Das jagt durch? Ja, schon. Also das letzte Mal war mir richtig schlecht, als ich so etwas Künstliches gegessen habe. Aber ich dachte, hier dieses EPAG-Futter, deine Bundeswehrnahrung, das ist halt Konservierungsstoffe... Ja, die sind ja auch dafür gemacht, dass du drei Jahre nicht auf Klo gehst. Im Einsatz. Ja. Jede Situation, in der du nicht konzentriert mit der Knifte im Anschlag rumstehst, ist potenziell eine Lebensgefahr. Deswegen einfach nicht scheißen gehen. Ich würde auch sagen, wir könnten halt über unseren Köpfen so Einkaufsbeutel ran nageln, wo dann halt einer ist voller Obst, einer ist voller Gemüse, also Rohkost, weil wir das ja nicht ordentlich zubereiten können. Also sowas, was lagerfähig ist. Ja, ja. Kartoffelnrohe, mit Zitrone. Naja, da ist ja die Möglichkeit, dass man sich vielleicht einen Campingkocher ans Bett stellt. Haben wir eine Verletzung oder werden wir einfach als Geisel gehalten? Die Idee ist eine Verletzung. Also die Basis ist halt dieser fast Oberschenkel-Halsbruch von Tino. Ja, ja, ja. Ja, okay, hast du jetzt einen Gaskocher? Nee. Hast du einen Gaskocher? Nee, aber ... Naja, ich habe ja diesen Unkrautvernichter. Dafür habe ich noch Gas. Hast du noch das Stöfchen von mir? Naja. Naja, vielleicht können wir mit Teelichtern halt auf jeden Fall einen Topf so weit heiß machen, dass eine Dose Ravioli oder Ravioli oder ungarischer Erbseneintopf oder sowas geht. Das ist zum Beispiel ... Stimmt, so einen Topf aus der Dose. So, genau. Wir haben halt rechts und links schön so eine Armee eintöpft. Der ist doch auch schon vorgekocht. Der musst du doch mal warm machen. Ja. Ja, dann ist das perfekt. Aber nicht in der Dose. Ja. Das ist ja immer der Fehler, dass ja viele denken, ja, wie ein Eimer. Topf. Ja, aber das kriegen wir ja hin. Ja. Oder hier so klassisch, damals bei Telekom gerne, Würstchen im Wasserkocher. Schmeckt der nächste Tee auch richtig gut. Die vegetarischen Würstchen von Wiesenhofer, wie die heißen, alle rein, die sind ja sehr gefährlich gut. Ja. Und wie lange hält sich eine verpackte, kleine Packung Kartoffelsalat? Bei Zimmertemperatur. Ja. Locker drei Tage. Minimum. Ich meine, wir haben die ganze Zeit Fenster auf. Ja. Das geht hier immer bei, es wird sich um die 17 Grad pendeln. Ja. Ein Pendeln. Wir können auch eine Angel irgendwie basteln aus einem Bügel und einer Schnur und stellen wir die Sachen ans Fenster und dann werfen wir einfach nach dem, was wir wollen. Oder für die Abwechslung. Hä, wieso? Achso. Ja. Dann können wir im Bett bleiben. Ja. Für die Abwechslung, was wir erwischen, essen wir halt. Kartoffelsalat, Nudelsalat, ein Einmal Rotkohl. Silberfische. Ja, was da gerade am Fenster steht. Ja, dann wäre ich soweit vorher, diverse Schnüre auszulegen und die, um die einzelnen Dosen zu wickeln. Ja, oder so. Und die hier zu beschriften. Ja, oder auch nicht beschriften. Überraschung. Genau. Und dann hast du halt immer, ich reiche dann immer so eine bunte Seile und du ziehst einen Faden und dann hast du gesagt, oh, ich will jetzt frühstücken und hoffst halt auf Karazza oder so und hast dann halt vielleicht einen Twinkie. Ja, oder Seefischeintopf oder so zum Frühstück. Ja gut, ne? Ist man auch... Viele Dosengerichte kann man auch kalt essen. Ich würde sogar sagen, du kannst alle kalt essen. Das ist nur eine kulinarische Frage. Ja, stimmt. Genau, sind alle vorgegart. Ja, stimmt. Ja. Ja, so. Dann ist ja, eine Dose ist ja eh egal, aber ich meine sowas wie... Und ich meine, so einen Tee können wir uns echt stellen und einen Wasserkocher neben das Bett? Wir haben aber keinen Wasserschlauch. Hast du einen großen Eimer. Jedes Mal biete ich eine Lösung und du bietest ein neues Problem. Wie groß ist dein Eimer? 30 Liter? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich hätte eher 50 gesagt. Boah, 50 Liter ist wie ein großes Bierfass. Stimmt. Na ja, dann lass das 25 sein. Ein kleines Bierfass. Ja, also ich meine, 25 Liter. Da kann man Nudelgerichte kochen mit alle möglichen Sachen, wo du nur heiß Wasser draufgießen kannst. Festus hat sich damals regelrecht davon ernährt. Nur diese, wie heißen diese, Terrin, wo der Wasser reingeht. Ja, 5 Minuten Terrine. So einen Scheiß hat der, nur das hat er gegessen. Ich machte die in drei. Und Schokopudding. Könnten wir vielleicht irgendwo einen Pudding noch hinlegen. Peter hat, geht aber am Wochenende hier. Hat er Essen mitgebracht. Auch, hier liegt noch ein bisschen Obst von ihm, aber ich kam am Montag wieder und er meinte, er hat einen der Oreo-Puddings gegessen aus dem Kühlschrank. Du hast gesagt, ich hatte kein Oreo-Pudding. Er meinte, er hat den gegessen, aber der war widerlich. Und das war Brotaufstrich. Hat er die Brille zu Hause? Eine Dose Brotaufstrich. Philadelphia Oreo gegessen. Wie, du hast Philadelphia Oreo? Ja. Aber das hast du ja noch nie gesehen, dass du sowas kaufst. Ja. Achso. Dortmund. Aber ich meine, ich mag den normal so ein bisschen so eine Kante davon. Aber du weißt, dass das eine Süßigkeit ist und kein normaler. aber das hat er, also es ist immer noch dichter bei Frischkäse als bei Nutella. Wenn du jetzt mal so die Frischkäse-Nutella-Skala, die jeder Wissenschaftler. Der hatte eine normale Frischkäse verpackt, also diese flache längliche. Das war so ein Döschen. Ach, scheiße. Also es hat schon, man versteht den Fehler schon, aber dann wiederum, wenn du es genau siehst und Philadelphia oben draufsteht, ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja so ein Typ, der echt immer ganz genau liest. Vor allen Dingen, die er nicht kennt. Was so ein bisschen Macke ist sowas. Aber das ist Peter, so ein Klassiker, oder? So richtig robust, nimmt er so, zack, Dose auf, ordentlich, muss auch der erste Löffel, muss so ordentlich feste, kompakte Masse sein. Und dann schiebt er sich in den Hals und denkt, oh, das ist der Wiff. Aber ist noch weiter. Das ist wieder der zweite Gedanke, nichts verkommen lassen. Ja. Das ist eine schöne Geschichte. Daher Obacht mit unseren Dosen hier in dieser Lage. Das fand ich so geil. Festers Frau hat eine gewisse Allergie auf, gewisse, hat eine Allergie auf Alkohol. Ist dann halt so, dass es kribbelt, ein bisschen Atemnot und ich glaube halt, rot und alles sowas. Und dann hat sie Geschichte erzählt, dass sie halt irgendwo, ich weiß nicht, Mallorca, also wahrscheinlich, waren sie halt in so einer Bar und sie hat vorher so einen Cocktail mal probiert. Und den konnte sie vertragen. Oder jedenfalls diese Probe, diesen Schluck. Meinst du ja dann, vielleicht ist es genau der, den ich den vertragen kann, und nicht pauschal Alkohol. Und dann hat sie sich halt zu Festus halt auch noch einen schönen Cocktail bestellt. Dann hat sie beiden einen großen Cocktail. Sie nimmt einen großen Schluck, guckt ihr an und meint, scheiße, geht los. Und er, ach du Scheiße. Mein Gedanke ist jetzt natürlich, sie rennen los ins Hotel oder so, weil sie keinen Asthma-Spray oder ihr Spray dabei hatte oder sowas. Was sagt sie? Das kann man nicht von Festus. Sie sagt, Alter, du musst schnell austrinken. Wir müssen ganz schön ins Hotel. Und Festus sagt dann nicht, Schatz, bist du bescheuert? Wir gehen jetzt ins Hotel. Wir lassen das hier stehen. Sondern er sagt, stimmt, okay. Und fängt an, sein Cocktail zu echsen und kotzt schon fast. Und dann fängt er an, ihr Cocktail zu echsen, damit sie gehen können. Denn nichts verkommen lassen. Haben wir dafür gezahlt. Ist ja ganz klar. Entschuldigen Sie, können Sie den Cocktail auch einpacken? Ich dachte, das ist ja so geil, dass die beiden sagen, hey, da musste er richtig schnell trinken. Ja, ich musste richtig schnell trinken. Und du denkst, nee, deiner Frau ging schlecht, du musst es rennen mit der. Einfach lass alles stehen. Ja, aber der hat vielleicht sieben Euro gekostet. Wie oft ist man da? Ja, ja. Das fand ich echt. Willst du ja auch nicht nüchtern im Krankenhaus sitzen, die ganze Nacht. Hab gedacht, also gleich hätte ich ja dann irgendwie meinen Anfall, oder sonst hätte ich ihn auf dem Weg, schön im Zug haben müssen. weil Ticket ist ja bezahlt gewesen. Ich bleib hier sitzen. Scheißegal. Du hast auch einen Sitzplatz. Ja, genau. Ich hatte einen Sitzplatz. Ich war schon eingecheckt. Ich trottel. Was ich da einfach draufge... Riecht nach Gebäck. Das habe ich mal gedacht, ob es sowas gibt. Was? So ein Gebäck-Deo. Gebäck ist ja immer ein ziemlich geiler Duft. Ja. Es gibt doch dieses Haus... Was ist jetzt passiert? Dieses Haus-Spray. War das so lustig? Ich dachte gerade, es gibt doch diese Szene bei Arrested Development. Das machen wohl Immobilienmakler wirklich, dass sie halt so Kekse-Duft in der Wohnung versprühen. Das muss sie einfach unter die Arme sprühen. Ja. Das ist auch bei Happy Family. Mit dem? Bundy? Modern Family. Modern. Ah, Modern Family. Genau. Da ist, glaube ich, er oder sie ist, glaube ich, auch so Real Estate-Dingsbums und da sprayt sie halt auch alles voll mit diesem Cookie... Ja, genau. Cookie-Spray. Ja. Das Gute ist, aber wir können jetzt auch viele Sachen einfach per Amazon liefern lassen. Ja, und die Tür? Ach, scheiße. Stimmt. Und deine Klingel-Action hier? Das kannst du ja voll vergessen. Ja, stimmt. Also normalerweise in normalen Wohnungen, viele unserer Hörer wissen das vielleicht nicht, kann man, wenn jemand klingelt, die Tür unten aufmachen mit einem Summer. Das geht bei Klaus nicht. Teilweise hört er einen. Oder beziehungsweise wird er so gehört. Nach einer Weile. Nach einer Weile hört man es. Also so 30, 40 Sekunden. Ich bleibe dann unten an meinem Sprecher, weil ich mich immer höre. Meistens sage ich aber auch... Ah, okay. Dann machst du das sehr gut. Erstmal, ja, falls unsere Insekten-Overlords da sind. Ja. Ja, na ja, stimmt. Wir können niemanden reinsäumen hier. Ach, scheiße. Aber wir haben eine Stunde Zeit. Also man könnte es auch ganz einfach machen und du klopfst bei deinem Nachbarn und sagen, ja, alter, wir müssen hier alle gleich ins Bett. Sonst was? Hier hast du einen Fuffi. Gib uns mal Essen für eine Woche. Und er sagt, alles klar. Ich meine, der kocht doch, die kochen doch bestimmt täglich frisch für die Kinder. Ja, stimmt. Und wenn die morgens, die kriegen bestimmt auch nicht scheiße, dann kriegen die bestimmt morgens irgendwie Müsli oder so. Und dann, wenn die das vorbereiten, dann können die zwei Schüsseln mehr vorbereiten und dann kommen die hierher. Die haben noch Schüssel. Und dann, weiß ich nicht, legst du ihn danach, sagst du von denen, ich schleife eure, keine Ahnung, in den Kühlschrank oder so. Ja, sowas. Ja, so ein Deal muss man, glaube ich, schließen mit den Nachbarn. Dann kann man auch mal ab und zu was bei Amazon bestellen, irgendwie so eine Familienpackung Cliff Bars oder so. Sowas. Also stimmt, für eine Stunde wäre das zu spät. Aber wenn du jemanden hast, beziehungsweise hallo, wenn du ein Telefon hast, natürlich wäre das verschärft, wenn wir sagen würden, wir hätten kein Smartphone. Aber mit dem Smartphone kannst du halt jeden anrufen. Okay. Das Geile ist, ich habe deinen Schlüssel noch. Hat Dortmund deinen Schlüssel? Ja. Ja gut, dann ist ja auch gut. Ja. Aber sie hat doch gar nicht geklingelt. Ja, mein Schlüssel liegt derzeit noch hier, was Peter den hatte am Wochenende. Achso, das darf nicht passieren. Nee, aber wahrscheinlich würde es genau passieren. Gehen wir jetzt mal davon aus, um uns die Lage ein bisschen. Okay, aber ich meine, wir haben Konserven, die wir irgendwo aufgelistet haben. Wir haben bunte Fäden. Hast du Dosenöffner? Ja. Ich habe auch einen, könnte ich einen holen. Mehrere, ich habe mehrere. Am Taschenmesser und den zu drehen und so was. Genau, so den ganz klassischen habe ich ja immer. Ja. Am Taschenöffner. Wichtig, bist du ein Schnarcher? Na, in der Regel nicht, aber... Wenn du betrunken hast, ja. Ja, wenn ich getrunken habe, werde ich falsch... Wir verengen sich ja dann Atemweg. Wenn ich falsch liege, das kann ich halt nicht ausschließen, dass ich nicht einfach ungünstig liegen muss, wegen des Beins. Ja, wahrscheinlich müssten wir auf dem Rücken liegen. Ja. Wahrscheinlich auch so ein bisschen. Dann würde ich wahrscheinlich schnarchen, ja. Schön. Das ist immer so meine Position. Ja, ja, ne. Das Gute ist, wir haben ja beide schon so eine große Nase, wo sehr viel... Ich habe auch ein paar Oropacks hier. Müssten wir dann aber schon mal finden, in der Stunde, in der wir halt alles vorbereiten. Die liegen, glaube ich, gerade hier auf dem Tisch. Ah, stimmt, da liegt das. Oh, praktisch. Ja. Ja, also würden wir das Sofa hier rüberschieben und ausklappen? Würde ich sagen, ja. Das wird schneller, ne? Das kriegen wir hin, das dauert zehn Minuten. Oder wie viel? Das Ausklappen. Das Ganze hinschieben, das da weg und sowas. Ja, zehn Minuten. Sag mal mit Gießen und Decke, alles. Alles. Nee, die... Ja. Ja, zehn. Sagen wir mal 15. 15. Da haben wir noch 15 Minuten für alles andere. Ja. Die Sache ist, weil wir immer die ganze Zeit lustig gesagt haben, Konservendosen, was hast du denn im Haus? Nix. Das heißt... Wir müssen einkommen. Wir bestellen uns ein Taxi. Okay, das könnte sein, dass es in drei Minuten da ist. Ja, das können wir machen, während wir das Bett da fummeln. Aber wir haben ja schon dieses doofe Bein. Ja, ja, ja. Aber... Ähm... Wir haben ja draußen nur die Stunde. So, und dann bestellen wir das Taxi. Sobald es Taxi ist, brechen wir das mit dem Bett ab und humpeln runter. Dauert fünf Minuten. Ich sehe das Bett, das Sofa zur Hälfte hier hingeschoben. Ja, dann ist es halt so. Das Fernsehen hat relativ gut die Sichtwege. Ja, dann nehmen wir einen Stein und schmeißen es halt durch. Ist ja jetzt auch egal, interessiert euch ja keiner, ob das Fenster kaputt ist oder nicht. Ähm... Und dann müssen wir zu Lidl. Ja. Und bei dem Taxi wieder zurück. Also sagen wir mal, der Taxifahrer wartet. Laufender Motor. Ja. Kofferraum auf. Ja, du hast Senfverbot bei Lidl. Oh. Ausgegebenem Anlass. Ja, letztens ist mir zu Hause der Senfwehr umgefallen. Ja. Und der ganze Boden aufgeplatzt. Also ist er die aus der Hand gerutscht und dann auf den Boden zersprungen, oder? Ja. Hm. Also zersprungen, er ist halt einmal ringförmig ist der Boden aufgeplatzt. Ja. Und noch so an zwei Zentimeter hält er sich, sodass Senf noch im Topf drin war, aber halt auch nicht mehr. Dann habe ich da halt mit Folie und Gummiband ein bisschen den Boden wieder abgedichtet. Jetzt ist es eh scheißegal. Also jetzt ist eh 90 Prozent meines Kühlschranks kann ich nicht essen. Ja. Deswegen, ich hoffe darauf, dass überall richtig Konservierungsstoffe drin sind und die Temperatur auch was ausmacht, weil es ist immer schade, Essen wegzuschmeißen. Nichts verkommen lassen. So. Ja, weil es ist ja trotzdem echt asin. Ja, ja. Also Essen. Ja. Wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Ja. Gut, aber also Lidl, warum brauchen wir 20 Minuten? Fahren wir jetzt zurück? Wir stechen den Taxifahrer, das uns beim Hochtragen hilft und mit helfen, weil ich das erst mache. Uns oder oder das Essen? Das Essen. Ich weiß nicht, wie lange ich mit Krücken hier hoch und runter brauche. Aber ich meine, das ist die Stunde jetzt rum. Also meinst du, wir haben es geschafft? Ja. Okay. Ja. Aber wir haben, aber ich glaube nicht, dass wir dann bei Lidl viel gekauft haben. Ja, wir müssen halt einfach alles wahllos reinschmeißen. Zum Beispiel gibt es doch in diesem Backbereich gibt es doch diese ganzen süßen und herzhaften Dinge, wo schon was dran oder drauf ist. Sowas wie Pizzabrötchen oder so eine Scheiße. Da sparst du ja schon mal quasi irgendwas schmieren. Machen wir alles voll damit? Süß und herzhaft, alles damit voll, das sind die ganzen Frühstückseinheiten. Obwohl ja wahrscheinlich eigentlich Cornflakes und Milch tausendmal leichter wäre. Ja, das kriegen wir ja auch noch rein. Wir gehen ja schon einmal unseren üblichen Gang, wo wir alles mitnehmen. Wollte ich gerade sagen, unser üblicher Gang sind alle Gänge. Auf Krücken. Den mit Getränken können wir uns sparen. Weil wir nur Wasser trinken. Ja. Konserven, Nüsse würde ich sagen. Trockenobst oder sowas. Süßigkeiten ist du gar nicht, ne? Gar nicht, aber können wir mitnehmen. Greifen wir auch einmal rein. Knabberzeug ist doch auch nicht. Doch, Knabberzeug habe ich schon mal gesehen. Ist ja auch eigentlich egal. Wir sind nach der Woche eh entweder fett oder komplett atrophiert. Atrophiert? Muskelschwund. Ja, das ja auch. Ja. Also wahrscheinlich beides. Ja, vielleicht hast du noch irgendwie so ein Terra oder ein Doyser-Band, das wir uns ins Bett legen können. Ja, und das Ringfit habe ich halt auch noch. Ja. Ich habe auch noch ein Terra-Band. Ja, unterschätze es nicht. Ja, ich meine, aber da können wir... Ja, man kann nicht... Eigentlich kann man es nicht im Liegen machen. Wir dürfen die Beine nicht. Wegen gern Doyser-Band habe ich auch mal, ja. 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 Okay. Laptop hast du, Kabel auch alles in der Nähe. Ja, ja. Das ist wie der mal quälisch in den Raum. Ja, gut. Dann sind wir... Dann sind wir safe. Also beziehungsweise sind wir dann erst mal im Bett. Ja. Am Anfang ist es wahrscheinlich noch spannend. Vielleicht hat auch einer von uns lustigerweise irgendwie... Das ist ja immer ganz gut bei sowas, wenn man irgendwie so etwas Dusseliges hat wie ein Journal oder eine Mickey-Maus und so, wo man sich dann... Wo man schön oberflächlich, unterhaltsam quatschen kann. Es gibt doch bestimmt eine Lese-Zirkel-App. Ja, Zeitung ist auch mal viel süßer, weil man schmeißt sich dann mal in Zeitung hin. Ich habe noch ein paar Elf-Freunde-Ausgaben hier rumflattern. Hast du alles schon gelesen? Nee, ich habe die seit Ewigkeit nicht mehr gelesen. Ich warte nur, ob das Abo ausläuft. Kommt jetzt so nix mehr. Ach so. Scheiß Internet. Meinst du jetzt Arbeit oder meinst du jetzt... Ist aber wirklich so. Nee, beides. Also, weil ich halt einfach, wenn ich was lese, dann inzwischen einfach irgendwer denke so, ah, das lese ich jetzt zehn Minuten, gucke ich in die Nachrichtenübersicht und dann so, ah, lese ich was auf dem Spiegel. Ja. Oder lass mich von irgendwelchen rechten Trolls auf Twitter beschimpfen. Machst du das? Hast du letztens irgendwie einen Kommentar gegeben? Ja, neulich bin ich ins dumme Twitter abgerutscht. Und dann werde ich jetzt ständig, wenn irgendwelchen Leuten Nein, SUV fahren ist cool. Viele SUVs haben weniger CO2-Ausstoß. Jetzt sind die SUV-Fahrer die Bösen. Was ist, wenn Tesla die Familie umgefahren hätte? Weniger CO2-Ausstoß als was? Als ein Panzer, oder was? Ja, deren Argumentation weniger als andere Pkw. Ja, wenn der andere Pkw zehn Jahre alt ist, wahrscheinlich. Ja, und ein Sportwagen ist. Ja, nicht weniger CO2-Ausstoß als, also allein der Treibstoffverbrauch. Es ist eine einfache Rechnung. Der Wagen ist schwerer, deswegen braucht er mehr Treibstoff. Ja, und der Feinstaub, der Abriebscheiß und sowas kann er auch nicht. Ja, und hat einen riesigen Luftwiderstand. Also, ja, natürlich ist es scheiße und kein Mensch braucht einen SUV. Also, das würde ich die, es war halt, ich hatte halt einen Post von Karl Lauterbach kommentiert, dem, einer der SPD-Leute, die noch verblieben sind und der auch für den Vorsitz kandidiert, der mit der Fliege. Ah, der morgens immer Müsli und Ohrsaft als Frühstück kombiniert. Ja, genau, das klingt nach ihm, ja. Der hat ja auch, der hat ja so ein bisschen was Oberleberhaftes, aber ich finde es ja ganz gut. Ich meine, der ist halt einfach knallhart und sagt den Leuten, ja, das ist, so ist halt der Stand der Dinge in der Wissenschaft. Können wir nichts machen. Das ist halt so, müssen wir uns jetzt alle einschränken. Der hat, der wird natürlich ständig von irgendwelchen rechten Trolls bombardiert. Ja, nö, das ist, das ist, wenn ein Auto einen schnellen Unfall hat, wie das, wo die halbe Familie totgefahren wurde, wo ein SUV-Fahrer wohl einen epileptischen Anfall am Steuer hatte. Ja, das wäre wahrscheinlich mit einem anderen Auto auch tödlich ausgegangen, ja, aber vermutlich nicht in dem Maße. Ja. Also ein anderes Auto ist halt einfach nicht so breit, hat nicht so eine physikalische Kraft und halt auch bei anderen Autos rollst du halt, wenn du angefahren wirst, oft einfach über die Motorhaube ab, was bei einem SUV nicht geht, weil da dein Kopf auf der Höhe ist. Ja, du hast da einen richtigen Kuhfinger, also richtig so zum Weckrand gebaut. Ja, auf jeden Fall, nein, deswegen, ich komme halt eigentlich kaum noch zu irgendwelchen Magazinen, irgendwelchen physischen Magazinen zu lesen, obwohl ich es abonniert und bezahlt habe. Nichts verkommen lassen. Hast du einen Vollantrag dabei bei Cast Forward? Ja. Ich jetzt auch und da kannst du ja das Cast Mac lesen. Und, wie ist es? Weiß ich nicht. Ab und zu bekomme ich es mal zugeschickt. Ich weiß nicht, eigentlich ist es ja wahrscheinlich digital und dann schicken sie es dir einmal im Jahr zu und du denkst, ja, kann man in der Apotheke auslegen. Ja. Köstet aber sonst, glaube ich, irgendwie nur acht Euro oder so. Spottpreis. Ja. Und wie war, erzählen Sie mal was über Ihre Castings. Ja, man steht vor einer Wand. Boah. Und so auf. Sie auch. Ja, es ist halt also so total banales Gewäsch. also das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist. Ja, ähm. Ja, gut. Was hältst du für eine Gesellschaft spielen? Ein paar Karten. Ja, ich habe Karten, habe ich da. Kannst du mir Skat beibringen? Kann ich nicht. Dann wird es schwer. Müssen wir Peter anrufen. Peter. Der kann es bestimmt. Der kann auch, wir brauchen ja eh drei Mann für einen Skat. Das ist gut, dann kann er uns über Telefon mitteilen, was er für Karten hat. Hat er ein Telefon, dass es kann? Ja. Peter, du kriegst nachher noch einen Eimer für deinen Elf, wenn du jetzt mitmachst. Ja. Ja, okay, ich denke mal, die erste Nacht wird lustig rumgehen. Dann haben wir natürlich schön was vergessen, wenn wir dann morgens aufwachen oder irgendwann mittags oder näher. Genau, das ist ja auch die Sache. Du wachst wahrscheinlich morgens um sieben auf. Ja. Aber was machst du denn? Spätestens. Du kannst nicht aufstehen. Oder du kannst natürlich morgens um sieben deinen ersten von drei Gängen verplempern für was auch immer. Oh Gott. Ja, wahrscheinlich stehst du einfach nur zehn Minuten im Badezimmer und machst nichts und denkst, boah, kurz mal weg von dem Affen. Kurz mal weg. Ich glaube, ich glaube wirklich eher, dass ich mir die Switch in Handheld-Modus nehme und richtig gut in Fortnite werde in den drei Stunden, die ich habe, bis du wach wirst. Sieben, zehn, ja. Entweder Fortnite oder Rocket League. Ja, achso, du wartest, bis wir zusammen frühstücken. Nee, das nicht. Das kann ich nicht. Kann ich drei Stunden wach sein und nicht frühstücken. Drei Minuten ist eine harte Ansage. Du bist auch so, deine Augen sind auf, dein Magen ist auf. Ja. Das ist bei mir auch so. Also, ich finde es sonst immer ziemlich schwer. Nichts ist so schlimm wie zum Frühstück verabredet zu sein und zu wissen, man kann nichts essen erst mal. Naja, kannst du ja schöne Bananen reinpfeifen oder so. Hilft mir nicht. Bananen, um Martin Wiese zu zitieren, das bringt mich nicht weiter. Okay, was gibt es denn bei dir zum Frühstück? Entweder eine Schale Müsli und ein paar Scheiben Brot oder nur ein paar Scheiben Brot. Wir haben keine Scheiben, wir haben nur diese herzhaften Belegtscheiße oder die süße Belegtscheiße. dann halt herzhafte Belegtscheiße. Dann esse ich ein Pizzabrötchen und einen alten Hotdog zum Frühstück. Aber schön mit Crunchy Flakes oben drüber. Vielleicht für ein Glück und das Fleisch kommt von Wilke, dann beendet sich die Farce von alleine für mich. Dieser Gammelfleischhersteller aus Hessen, der so viele Discounter beliefert hat, wo drei Leute daran krepiert sind. Stimmt. Das wäre nicht gut. Nee, aber dann ist es auch schon, wir stehen doch schon mit einem Bein im Grab. Wenn ich dann dich sehe, wie du damit, dann wache ich bestimmt auf, wenn ich diese Pizzaschnecke rieche, die du da aus der Tüte rausziehst. Eine Pizzaschnecke? Gibt es doch auch. Echt? Und dann wache ich auf. Das Beste beider Welten. Und mache neckisch dazu so ein Gulasch auf. Da würde ich mir sagen, da dippe ich mal. Ich sage da Dänisch-Dipp. Ja. Ja. So eine Frage der Zeit, bis der Erste von uns Sprühkot hat. Das ist auch die Sache. Wenn es ziemlich schnell gehen soll, dann geht es halt nicht ziemlich schnell. Dann kannst du echt überlegen, Habe ich noch irgendeine Hose? Kann ich mir das Kopfkisten zu einer Hose schneiden? Zwei Löcher rein und dann ziehst du es über und den Reißverschluss zu bist zur Hüfte. Eigentlich T-Shirt ist eine ziemlich gute Hose, weil da ist schon das Loch drin. Hier, habt ihr es zuerst gehört. Kannst T-Shirt dir falsch anziehen, dass es wie so eine kurze Hose sitzt. Im Schritt hast du dein Loch, wo der Kopf ist. Und wenn es ein richtig langes T-Shirt ist, dann kannst du das so hochziehen, dass du dir vielleicht bis unter die Achseln und dann kannst du es mit Tape oder sowas festkleben. Dann hast du ein Onesie. Wie hält das T-Shirt? Ja, ich sage doch mit Tape, mit Panzertape oder unter die Achseln. Und unten hängt es ja eh raus. Also ich sehe noch einen Schnürsenkel, ich habe Krawatten und so, ich würde mir eher einen Gürtel binden. Dann geht es los. Wir machen so Kinderspiele, so Verkleidenspielen wir dann. Wie zur Feuerzeigenbohle also. Oh, das wäre, das ist auch ganz gefährlich, weil mit, keine Ahnung, wenn man Kissen hinkommt. Warum nicht? Machen wir einfach die Feuerzeigenbohle, wenn wir eh die Woche im Bett liegen. Ja, weil ich habe gerade gedacht, wenn man im Bett liegt, könnte ich mit einer Krücke bestimmt eins von den Flaschen da oben noch runterholen. Die sind leer, die Flaschen liegen da unten, die vollen. Aber der Wein ist doch noch drin. Das ist nicht doch von hier. Oben ist leer und unten ist voll. Die ist aber zu, die eine. Ja, und die kriegen wir doch auf. Ja, sicher doch. Gibt es mehrere Methoden. Ich habe auch einen Flaschenöffner, aber vielleicht ist das ja eine gute Beschäftigung für eine Stunde. Meinst du, mich mal kurz ruhig zu stellen? Nehmen wir uns beide. So. Müssen wir nicht den Verstand verlieren. Ich glaube, es wird so ein bisschen wie Mr. Burns und Homer, als sie von der Lawine eingeschneit sind und beide in dieser Skihütte sitzen und langsam den Verstand verlieren. Ah, dunkel. Habe ich da noch Erinnerung. Hatten sie Essen? Ne, ich glaube nicht. Und dann waren sie kurz davor, sich gegenseitig zu essen. Oh. Ich glaube, sie hatten irgendein Risikobrettspiel, mit dem sie halt versucht haben, den Verstand zu bewahren. Dann arterte es richtig aus. Sehr gut. Ja. Ja, das finde ich ganz gut. Wir könnten ja auch mal, weiß ich nicht, vielleicht finden wir noch, irgendwie alte Ilona-Christen-Folgen im Internet oder sowas. Oh Gott. Ja. Gott hab sie selig. Ich meine, das waren die Anfänge, wo die Gäste noch einfach gesuchte Hirnbratzen waren und nicht irgendwelche Leinen. Ja, aber bis sich herausgestellt hat, ist es viel günstiger. Ja. Wenn die Leute nicht suchen musst. Aber das war doch Qualität. Oh. Ja. Heute unser Thema, wir stecken unseren Penis gerne in Haushaltsgegenstände. Dazu haben wir Torsten K. aus J da. Torsten. Ja. Ich steck meinen Penis gerne im Mixer. Danke, Torsten. Ja, genau. Wir können, wir können überlegen, dass wir unsere Setcard erweitern, indem wir Fotos machen von uns. Wir können euch hier so einen Livestream machen. In die Krankencamp. Werden Stars auf YouTube damit. Oh, ja, wir könnten die erste Live-für-Nüsse-Dauer-Folge. So, du hast doch gesagt, es gibt diesen kranken Podcast, die wie viele Stunden am Stück? Ich glaube, ihre letzte Folge war 16, 17 Stunden lang. Ja. Und das, krass, wo du gesagt hast, ich rede über Two in the Think Tank. Und du meintest, dass ab Stunde sieben oder acht merkst du, dass es langsam fällt, ne? Ja, genau. Sie hatten, zur hundertsten Folge haben sie, also deren Konzept ist es, fünf Sketch-Ideen pro Folge zu entwickeln. Und bei der hundertsten dachten sie, für einen lustigen Gag entwickeln sie hundert Sketch-Ideen in der Folge. Und das hat elf Stunden gedauert. Und für die zweihundertste haben sie zweihundert Sketch-Ideen entwickelt. Und das hat 16 oder 17 Stunden gedauert. Und die ersten sechs, sieben Stunden waren sie echt gut beisammen. Und dann, dann ging es ganz schnell. Also dann war, dann hast du wirklich schnell gemerkt, dass sie beide nicht mehr so ganz beisammen sind. Der eine wurde plötzlich ganz still für einen längeren Zeitraum. Ist eingeschlafen. Ja, und dann, ja? Nee, es ist einfach so rausgesont aus dem Gespräch. Es kamen auch immer mal wieder Gäste rein. Das hat echt dabei geholfen. Die Sketche relativ schnell. Aber dass du das auch durchhören kannst. Über Wochen. Naja, aber, wenn du dann irgendwann einschaltest und bist bei Stunde zehn, dann hörst du auch eine Stunde nur Dünnes, oder nicht? Das ist wirklich, es ist erstaunlich konsistent noch in der Qualität, die Sketche, die sie entwickelt haben. So auch Stunde zwölf oder dreizehn, da war, glaube ich, mein Lieblings-Sketch, wo es darum ging, auf den Coca-Cola-Flaschen standen doch eine Zeit lang Namen. Und Leute haben gedacht, oh Mensch, da steht Dirk drauf, die kaufe ich mal. Habe ich gar nicht gedacht. Aber es hat ja wirklich funktioniert bei Leuten. Und dann dachten sie, wie gut wäre es, wenn Coca-Cola dein Passwort draufdruckt. Was für ein Passwort? Dein Passwort. eins deiner Internet-Passwörter. Ach so. Und du denkst, scheiße, die kaufe ich lieber, bevor jemand sieht. Das ist ja gut. Wo ist der, der Sketch? Ja, das ist der Sketch. Also das, so zu verfilmen. Und auch Leute, Dirk, Dirk, ich habe gerade dein Passwort hier gesehen beim Lidl. Soll ich das mal lieber kaufen? Was für eine Umsatzsteigerung du da mal erzählen könntest? Oh, jetzt fällt mir ein, wir würden Untitled Goose Game oder wie das heißt spielen. Zum Beispiel. Also wie gesagt, für die Switch. Das Gute ist, die ist ja auch ans Internet angeschlossen. Wir könnten einfach Sachen downloaden. Also einfach, was wir sehen, wo wir denken, das wäre ein Spiel, was wir auch gut im Bett spielen können. Wir könnten ein bisschen Geld investieren. In Bitcoin. Der kommt. So was. Warte mal, ich gucke mal, wo er gerade steht. Bestimmt bei 18.000. Ich lage bei 7.2. Worin willst du denn investieren? Die Aktienrente von Friedrich Merz, unserem zukünftigen Kanzler. Naja, so neue Sachen. Das man sagt, vielleicht mal so in Käse oder der, den wir dann hier haben oder wie. Ja, ich meine, es gibt ja mittlerweile auch Investment in irgendwelche Konsumgüter, die halt, klar, in Alkohol schon ein bisschen länger, aber manche sagen auch mal, so einen richtig teuren Käse oder Trinkwasser, sag ich dir. A la Nestle oder was? Ja. Oh, jetzt hänge ich hier aber. Äh, ja. Ja, ich meine, wir haben jetzt, also haben wir jetzt gefrühstückt, Gulasch, Aufschnitt, Dinger. Ich glaube, jede Mahlzeit wird ähnlich aussehen. Ich werde ja öfter mal Süßes wahrscheinlich reinpfeifen. Ich eine Handvoll Nüsse. Ich schätze mal, wir haben Klopapier vergessen. Ich habe hier meinen Happy Po, habe ich wahrscheinlich auch vergessen. Ich werde öfters. Ad hoc habe ich, ad hoc habe ich noch genug Klopapier hier, womit wir zu zweit durch eine Woche kommen sollten. Und das Bild einfach ausklemmern. Ansonsten habe ich noch zwei volle Küchenrollen. Ja. Wie ist es denn, wenn, wenn zwischendurch es an der Tür klingeln sollte? Ja, wow. Dafür opfert keiner von uns hier eine von den drei Dingern. Wenn es wichtig ist, klopfen sie und schreien. Wir sagen auch, dass wir immer für zehn Minuten weg dürfen und jetzt nicht eine Stunde oder so. Also, man könnte dann auch nochmal was holen. Aber das Holen wäre dann entweder das Holen oder ein Toilettengang. Ich glaube, ich würde es mir echt für die, ich glaube, ich würde echt nur die großen, bösen Dinger auf die Liste setzen. und ich würde tatsächlich, glaube ich, mir so ein Eimer eine Bettente oder sowas. Ja. Ja. Also ich meine, man pinkelt ja öfter als dreimal am Tag. Ja, aber holler. Hoffentlich, Freunde. Hoffentlich pinkelt man öfter. Bei guter Hydration dreimal die Stunde. So, ihr habt das gehört. Ja, man kann ja vielleicht irgendwas trainieren, für das man sonst keine Zeit hat. Du hast ja schon gesagt, Fortnite. Ja, was richtig Sinnloses. Dann kannst du es mir wahrscheinlich erst mal beibringen. Aber wahrscheinlich ist das wie Counter-Strike aufgebaut, oder? Du kochst ja erst Waffen. Nee, nein, du wirst nackt auf der Map abgesetzt. Ohne Waffen, ohne irgendwas. Du hast nur deine Spitzhacke, um Ressourcen zu sammeln. Und dann musst du dir die Waffen auf der Map zusammensuchen. Aber das ist ein Spiel für Kinder, da können sie auch keine nackt zeigen. Naja, nackt im Sinne von ohne alles. Aber du hast was an. Ja. Das ist beinig. Zum Beispiel dein Bananenkostüm, was du dir gekauft hast. Oh, ist bestimmt teuer. Das war im Season Pass enthalten, irgendeine Staffel. Das war das einzig gute Kostüm, wo ich sage, da verstehe ich dafür, dass man Geld ausgibt, weil du startest als Banane und du wirst langsam braun, je länger das Spiel dauert. Cool. Ne? Wird man auch ein bisschen weich? Nur im Hirn. Je länger man Fortnite spielt, desto ... Wann hast du das letzte Mal gespielt? Also die ganze Zeit ... Ewigkeiten. Ich habe es mal wieder runtergeladen, weil ich dachte, jetzt wo die Map anders ist, gucke ich es mir mal wieder an. Ach, es gab immer auch nur eine Map? Ja. Alter. Die verändert sich halt von Staffel zu Staffel. Dieses PUBG blablabla? Drei oder vier, glaube ich. Wollte ich gerade sagen, das waren ja mal ein paar wechselnde Dinger. Ja, ja. Aber eine Map, da muss sie ja riesig sein, dass sie ja nicht tot langweilig irgendwann ... Na, die ist schon relativ langweilig. Du weißt halt irgendwann, wo alles ist, aber darauf basiert es ja auch. Du weißt halt genau, du musst die halt auswendig kennen. Also es hilft dir halt nichts, wenn du ... Ach, die Items spawnen auch alle an derselben Stelle immer? Ne, aber es gibt halt gewisse Stellen, wo sie häufiger spawnen. Okay. Also es gibt halt einfach Stellen, wo Kisten stehen. Das musst du halt wissen. Ansonsten bist du halt ... Also sonst bist du halt wie ich und guckst auf die Karte zwischendrin und denkst, Mensch, da ist ein Fluss, da ist eine Brücke, ich glaube, dahinter ist ein Dorf. Vielleicht gucke ich mir das mal an und während ich das mache, rennen die Kids halt schon rum und bauen drei Türme. Also meine besten Zeiten hatte ich immer, wenn ich irgendein Fahrzeug gefunden habe, einfach nur wild durch die Karte geballert bin und dann da irgendwelchen Blödsinn gemacht habe. Ja. Das wird jetzt passieren. Das passiert auch nicht. Ähm, yeah. Ja, okay. Das ist immer noch Tag eins, oder? Wir nähern uns auch langsam unserer Stunde übrigens. Okay. Ich habe so gedacht, wir könnten uns frisieren. Mhm. Ähm, mit dem Taschenmesser könnte ich dir ... Viel auf Netflix durchgucken. Schön mal abblicken. Da kann man auch richtig was erreichen. Hättest du denn nicht mal Lust zu einer Kurzhaarfrisur? Nee. Die ich mit dem Taschenmesser schere, die ihr schneiden könnt? Nein. Ähm. Ja. Irgendwas. Könnten wir den ganzen Tag rum, wenn wir die 20-Stunden-Folge von Two in the Think Tank am Stück hören. Uh, weißt du, was ich auch machen könnte? Äh, könnt ihr so, äh, jeden Tag drei Stunden Curls machen. Mhm. Hast du ja irgendwas, oder? Ja. Ja, ja, ja. Geil, wir haben so ein Bed-Workout dann. Fünf oder zehn Kilo habe ich. Geil. Als Handtrip. Und die eine Zehner kannst du auch, äh, schreiben, äh, Schrauben. Könntest du so High-Intense-Blababa-Training machen? Ja. High-Intensity-Interval-Training glaube ich nicht mit einem Riss im Quadrizeps. Musst du da unbedingt auf den Beinen stehen? Nee, aber wenn du, wenn dein Puls dann so rast und das so durchblutet wird, ist das nicht gut. Das darf ich übrigens gerade auch nicht machen. Was? Ja. Sowas? Ja. Sportarten. Genau. Also die Durchblutung ist einfach das, was sich dann umbringt. Nur moderate Intensität. Okay, dann, also ich würde sagen, nur schön Curls, nur schön dicke Arme machen. Ja, ja, ja. Klassische Tim-Wiese-Schule. Das Geile ist, das Bett wird dann richtig nicht nur voll gefurzt, sondern richtig voll geschwitzt. Ja. Und duschen und sowas ist nicht. Oh, ich glaube, ab Tag fünf wird es richtig räudig. Ja, das werden die Insekten um uns herum dann schon regeln. Das ist halt auch die Sache. Wenn irgendwas leer ist, nicht stehen lassen, sondern weit wegwerfen. Weit wegwerfen. Das ist ja, das wird helfen. Die Ameisen sich langsam den Weg zum Bett bahnen. Na, aber willst du denn hier alles direkt am Bett, wenn du so eine offene Buller-Stoße Nein, aber ich glaube nicht, dass es am Fenster wesentlich besser ist, aber, ja, Dirk, ich also, ich muss sagen, ich sehe da kein glückliches Ende für uns. Meinst du nicht, wir gehen da sehr freundschaftlich und gestärkt aus der Sache raus? Das schon, aber wir sterben. Ich dachte, selbst ohne Nahrung hält man irgendwie drei Wochen aus. Der parasitäre Befall wird sich unsere annehmen. Oh nein. Das kann auch übrigens so ein komischer Parasit gewesen sein. Ja, wieder billig Wurst gegessen. Ja, hätte ich mal. Ja, hätte ich mal. Wir sind jetzt an der Stunde, haben wir noch abschließende letzte Worte für unsere Folge der Bettlängerigkeit. Ich glaube, danach würde ich mich gerne am ganzen Körper rasieren. Um die Läuse loszuwerden. Alles, was man so hat, würde ich gerne loswerden dann. Dann würde ich, glaube ich, mich kochend duschen. Ja, so eine Dekontaminationsdusche. Dekontamination. Den kontaminieren, ja. Ja, Dekontaminationsdusche. Die Frage ist natürlich, ich kann hier gehen, aber dein Zimmer ist dein Zimmer. Nee, das zünde ich an. Ich gehe zum Jazz, rechte Tür, linke Tür noch feuerfest irgendwie versiegeln. Nur, dass es hier drinnen brennt, nicht der Rest. Ja, oder ich mache so eine Luke nach draußen auf und der Unterdruck zieht alles raus. Ja, stimmt. Ja, aber du wartest. In einer Woche ist bestimmt hier eh wieder Baumaßnahmen. Ja, wenn die Insekten erstmal, oder die Insekten kümmern sich hier um die ganzen Speisereste. Ja. Dann mache ich das Fenster auf und im Winter sterben die. Pfiffig. Ich dachte, die schlafen im Winter. Nee, wenn die richtig kalt ist. Hast du denn irgendwas gehört? Die können sie ja nicht vergraben irgendwo. So vom Innenhof-Funk, wann das weitergehen soll. Weil, also im Moment ist der Innenhof hier ein Acker. Ja, die Gitter, die Gitter fehlen. Die Gitter sind neu bestellt. Die müssen auch neu gemacht werden. Ah. Ja, weil sie nicht, also zwei, der Typ meinte zwei Wochen. Ja, klar. Aber das war vor der Gitteransage. Jetzt haben sie die Gitter bestellt und die Gitter passen nicht und die Gitter müssen neu kommen. Die können auch vorher nicht anfangen zu fließen, ne? Also dass man grob erstmal den Weg in der Mitte hat. Nee, nee. Geht, geht, ne? Ja. Nicht gut. Ja. Nicht gut. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht kann Timo ja nochmal helfen und sagen, wie er denn so die Woche überlebt hat und was so seine Tipps waren. Mit Taschentüchern und Internetzugang. Ja. Ja. In diesem Sinne, wenn ihr eine Stunde überleben wollt, hört für Nüsse in den Podcast-Apps oder für Nüsse.gmail.com, da könnt ihr die heißen. Auf YouTube wollte ich gerade sagen. Aber ja, oder schreibt auch an fürnüsse.gmail.com oder an at fürnüssepod auf Twitter. Ja. Oder fürnüssepod.com. Ja. Kommt gut durch die Woche. Wir, wir, also haben jetzt ja quasi erklärt anfänglich, warum das heute leider diese Woche so spät erst aktiv ist. Ja, ja, ja. Tut es sehr leid. In diesem Sinne, ne? Glaubt euch wohl. Ja. 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 Vielen Dank.